Musik Es ist keine Street Art, weil Street Art ist, was im öffentlichen Raum hinzufügen. Und ich würde sagen, man könnte es umgekehrt Street Art nennen, weil ich dem Raum etwas entnehme. Und also diese Abdrucke nehme von etwas im öffentlichen Raum. Wenn wir nach Faschen sehen, seit Jahrzehnten gibt es die Natur für Motive, um es auf Textil zu schildern oder zu schildern, wie Leer, Bäume, Wasser. Es gibt so viele Leute, die die vorher schon benutzt haben. Und was sie macht, ist, dass sie diese Technik in die Urbane Kultur verwendet hat. Ich denke, es ist sehr original und es gibt einen sehr schönen Effekt. Es ist nicht etwas, was man wirklich erwartet, von einem T-Shirt. So, das ist sehr cool. Musik 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 Musik